Ampel, oder was ist das denn? Da muss ich nochmal tracken. Hier müssen wir einzutracken. Geht mir gerade rein. In 300 Metern rechts abbiegen, in Braunauer Verbindung Strasse. Jetzt rechts abbiegen. 3,6 Kilometer der Strasse folgen. 1,5 Kilometer rechts abbiegen. In einem Kilometer halb rechts abbiegen. 1,5 Kilometer nach links abbiegen. 2,5 Kilometer BYS 1,5 Kilometer nach rechts abbiegen. 4,5 Kilometer in der Arena. In 300 Metern halbrechts abbiegen. Jetzt halbrechts abbiegen. Jetzt rechts fahren. Da ist sowieso noch kontakt. In 300 Metern den Kreisbandwehr an den 2. Ostrad verlassen und der Sinnbacher Landesstraße weiter verlassen. Dedenfalls können wir an der 2. Ostrad verlassen. In 300 Metern. In 300 Metern. In Deutschland ist es doch nicht teurer. Das ist ein sehr guter Fahrrad. Aber hier haben wir den Tank vollwappen. Ja. Jetzt haben wir hier vollwappen. Alles klar. Hier tanken noch viele. Ausdeutschen. Ausfahren. 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 In 300 Metern den Preisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und der Senbacher Landesstraße weiter verlassen. Den Preisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Wir begrüßen uns gleich mit einem Citykeeper Döner. Hier haben wir den Döner in Braun. Das haben wir in Italien vermisst, in Polen vermisst und eigentlich auch in Tschechien. In der Schweiz gab es vielleicht 1 oder 2. In 800 Metern links abbiegen, dann rechts abbiegen. Der soziale Hof ist gebraucht und gebraucht. Hier nennt man das Gemeinde. Und die Katze, gebraucht. Das ist ein Ding, ja. Und jetzt wieder. Und jetzt wieder. Und jetzt wieder zurück. Das ist gut. Aber wir wollen eigentlich ganz hier an Fahrten werden. Und dann gucken wir, dass wir wieder kurz hatten. Und dann ist auch noch 2 Tage die Reise sind. 2 Tage die Reise sind. 2 Tage die Reise sind. Jetzt mehrmals links abbiegen. Wir wollen was sagen? black zackulاز. Mills hier vorne zu hier ist das Ziel. Ja, passt drauf. Jetzt reicht's abbiegen. Mal gucken, dreißig jetzt. Was hier ist? Das ist ja von Navi vorgegeben. In 200 Metern haben sie ihr Zwischenziel erreicht, dann beginnt's abbiegen. Ja, hier ist bei Aufführungssitzungs-Kleines. Also, mal sehen wir, die Döner ist ja hier. Haben wir bisher noch eine Börstung gegeben, aber Hotel stattdessen. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Ja, das ist wohl mal ein zentraler Platz. Saal am Balai kommt, rechte Seite. Da fahren wir links, links sollen wir rumfahren. Ein Gruß an den Yogi Wan, an der rechten Seite, Saal am Balai. Jetzt fahren wir hier. Wir fahren. Stadtcafé. Regnet das auch noch mit, oder? Bade aus. 2 Kilometer. Water. Schatten. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Exel, dann links abbiegen. Oder rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Dann links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt haben wir hier eine Forderung. Jetzt freut sich wirklich. Ja, das ist Pisa Pasta. Das haben wir auch in Italien. Aber nicht oben. Nicht irgendwie zufrieden. Jetzt sagen wir doch mal die rechte Seite. Ein dreifaches Saal am Balai. Braun. Pizzahaus hat sich ja gut entwickelt eine gute Ernährungsstation mit Braunau. Ja. Keine Angst haben, dass es irgendeine Mangelernährung gibt. Das ist einfach alles da. Alle Richtungen. Pizza. Höhne. Kebab. Und so weiter. Jetzt fehlt nur noch eine Würste. China-Restaurant hat uns glaube ich auch schon gewusst. War das so? Ne. War doch noch. Das fehlt. Ein China-Restaurant. Ein Fog. Ein Fog. Wirklich ein Fog. Ein Fog ist so eine Schale. Und dann sagen wir einen Freunde. Das ist Gongchi Gongchi. Wir wollen gleich hier geradeaus, ne. Warum sagt er mir nicht? Wo ich geradeaus habe. Richtung Stadtplatz. Nach dem Linkshal. Über den Inn. Und dann bin ich wohl den Deutschen. Fast noch voll. Und zwar unter dem Meer. Wenn. Wend. Angehörige Ex. Da ist auch schon ein gelbes Ortschild. Und wo wir sehen wir hinten. Deutscher Land. Das ist ein bisschen hinten. Da kann man gar nicht mehr für gucken. Das wäre Österreicher dauernd. Und jetzt. Fahrt sie zu vorn. Und nicht. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ein bisschen. Eine Zusammenfassung. Zwei Sätze. Hier ist das noch Polizat. Bayern. Bayern. Bayern ist ja auch so. Das heißt. Nicht ein deutsches Bundeskreuz. Und ein feinisches Bundeskreuz. Das ist mir auch aufgefallen. Auch von da. War ich nämlich auch schon mal feiert. Ja. Ich hab mir gedacht. Das ist ja auch. Das ist ja separatistisch. Aber es wollen wir ja nicht. Also das finde ich gut gebraucht. Na gut. Aber ja. Das ist ja mein Bier. Ich bin aus Schleswig-Holstein. Und zwar ist das ein deutsches Bundeskreuz. So. Was haben wir denn hier? Der begrüßt uns als erstes. Ein großes Frühstück. Bei Elos. Der CEO. Der begrüßt uns in Deutschland. Mr. Super. Ah. Mr. Super. Mr. Super. Wir müssen uns erstmal kassieren. Und zwar nicht verboten werden. Wir müssen uns. Jetzt haben wir das hier. Ja. Der Motor. Wirklich so groß. Wir müssen uns auf die Tür. Nicht ganz. Ich weiß jetzt überhaupt was. Wir trinken. Hier. Das ist es hier im Schles. Ja. Weißkaffee. Laustica. Laustica. So wie in Italien. Laustica. So. Los geht das. Wir wollen uns erstmal. So dass wir mit unserem Fahrzeug herbeitgekommen sind. Und hier hinten irgendwie noch mal zugegeben sind. Unterwegs. Die ganzen Alpen. Aber wenn wir hier machen. Und ein bisschen feiern. Die kleinen. Wir können ja die Begründung wenden. Das ist kein Problem. In einem Kilometer den Preisverkehr an den zweiten Ausgrad verlassen. Die haben ja alle noch Satelliten und Tänzen. Teilweise auch verschiedene Ausgaben. Und da hinten hören wir dann irgendwie Deutschland vor Rudach und einen eigenen Spruch. Wie am Satelliten. Freie aus. Das ist der Fahrrad hier. Ja, einfach nur. Jetzt sind wir auf die Autobahn. Aber wieder gehauen. Oder machen wir schon. So, heute geht's. in 300 Metern den brechen wir an der zweiten Ausfahrt verlassen, aufhalte es auf die ganze Reise wäre ja bald am ersten Tag zu Ende gewesen, aber jetzt ist es ziemlich schlecht ach so, dass es im Lager war 15 Kilometer der Strasse vor Ort